Hallo! Herzlich Willkommen hier auf meinem Strick-und-Häkel-Kanal. Ich bin Anja und ich wohne in Bayern mit meiner Familie. Und ja, hier geht es ums Stricken, ums Häkeln, um Wolle und um alles, was damit so zusammenhängt. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dass wir wieder ein bisschen Zeit miteinander verbringen können. Ja, ich habe gedacht, dass ich irgendwie die Woche gar nicht aufnehme, weil ich jetzt ein paar Videos nacheinander in relativ kurzen Abständen ja hatte. Aber irgendwie dachte ich dann jetzt, ich habe so viel und wenn ich jetzt das länger aufschiebe, dann habe ich einfach nächstes Mal so viel. Deshalb heute noch mal doch eine Folge. Und vielleicht wird es ja auch nicht so lang. Ich weiß es noch nicht. Ja, mal gucken. Ja, auf jeden Fall schön, dass ihr da seid. Ich freue mich und ich begrüße euch ganz herzlich. Egal, ob ihr neu dabei seid oder ob ihr schon öfter meine Podcasts geschaut habt. Herzlich willkommen. Ich freue mich. Ja, und vielleicht habe ich mir überlegt, dass ich ein paar zwischendurch mal was einblende, ein paar Fotos so im Verlauf dieses Videos, einfach um euch mal zwischendurch auch eine kleine Verschnaufspause eventuell zu geben von den ganzen Strickigen. Da muss ich mal sehen, ob das klappt, ob ich überhaupt was habe, was so passend wäre und ob es einfach vom Kontext her so reinpasst. Ihr werdet es ja dann sehen im Verlauf des Videos, ob was drin ist oder nicht. Oder ob ich das nächstes Mal mache, weiß ich noch nicht genau. Mal schauen. Ja, ich habe schon wieder ganz viel gewerkelt. Ich war zwar so ein, zwei, drei Tage ein bisschen weniger dabei mit Stricken. Dann ging es mir mal nicht ganz so gut. Dann ist so ein bisschen was auf den Magen geschlagen. Ist auch immer noch nicht ganz richtig weg, aber naja, so ist das. Und irgendwie, wenn ich erkältet bin, dann kann ich problemlos auch stricken. Dann macht mir das eigentlich so nichts. Also außer es hält jetzt hohes Fieber oder so. Aber wenn es mir irgendwie nicht gut ist, dann geht gar nichts bei mir. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber nee, dann geht nichts. Aber gut, jetzt ist es wieder besser und ich zeige euch, was ich so gemacht habe. Und dann legen wir auch gleich los, oder? Ja, und ich möchte anfangen mit, wie heißt das immer, mit dem Elefant im Raum. Und diesmal bin ich der Elefant, muss ich zugeben. Und zwar schaut mal her, das ist der Minilchik Swancho. Der ist wirklich sehr auffällig. Also ich sehe das gerade jetzt auch in der Kamera, wo ich denke, boah, der ist schon echt, der knallt irgendwie richtig. In echt ist der gar nicht so knallig irgendwie. Also ja, ich stehe mal kurz auf. So sieht der aus. Das ist eine Kaufanleitung von Caitlin Hunter. Ihr kennt die vielleicht, die ist nicht mehr ganz neu, die Anleitung. Zeigt mal von der Rückseite. Das ist genauso aus, nur oben im Nacken mit verkürzten Reihen. Also ist der Nacken ein bisschen höher. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt gesehen habt, aber ihr wisst ja, wie verkürzte Reihen aussieht. Ja, also der Minilchik Swancho. Ein Swancho ist ja so eine Wortkreation aus Sweater und Poncho. Und das sieht man natürlich auch hier, weil, das sieht man vor der dunklen Couch jetzt nicht so richtig super. Möchte auch mal näher kommen. Genau, dass die Ärmel sehr weit unten angesetzt sind und ganz eng sind, was ich schön finde. Die sind nämlich so im Rippenmuster. Die legen sich gut eng an, ab dem Ellenbogen ungefähr hier so. Und der Rest ist halt weit. Und mein Mann hat gefragt, wo ich ihn gestrickt habe, so vor, das ist schon so zwei Jahre her, anderthalb Jahre, zwei Jahre, sagt er, ob ich einen Lampenschirm stricke. Ja, und seitdem ist es der Lampenschirm-Pullover bei uns, ja. Und ich würde jetzt im Nachhinein die Farben etwas anders wählen, denn ich finde diese Zacken schon sehr prominent irgendwie. Ich würde vielleicht auch, so wie es im Original ist, bei der Catelyn Hunter, die hat den Hauptteil, also das, was hier alles grau ist, also die Hauptfarbe, hat die in hell. Ich glaube, so ein beige ist das. Und das gefällt mir tatsächlich, glaube ich, besser. Ich glaube, es gefällt mir besser, wenn das Hauptding hell ist und das Muster dunkel. Ich finde das immer ganz schwierig, ich weiß nicht, wie es euch da geht, ich finde das immer ganz schwierig, wenn man so Wolle hat, dann denke ich mal so, ja, das wird gut zusammenpassen. Dann habe ich so ein paar Knäuel, und dann denke ich, ja, ne, fünf Farben oder keine Ahnung, weiß ich nicht. Und dann denke ich, es passt gut zusammen. Aber wenn ich es dann verstricke, denke ich manchmal, hm, hätte ich besser die Farbe getauscht mit der anderen oder so. Und deshalb gucke ich mir mal ganz gerne die Projekte bei Reverie an, weil ich dann oft schon sehe, so, ach nee, wenn praktisch hell auf dunkel, gefällt mir das nicht so gut wie dunkel auf hell oder sowas. Ja, und das weiß ich gar nicht, habe ich hier zwar, glaube ich, auch gemacht, aber mir gefielen dann auch die Farben zusammen so im Knäuel ganz gut. Aber so verstrickt, ja, ich finde es immer noch okay, aber es sieht so, ja, ein bisschen zu heftig aus für mich. Also, ja, ne, weil ich finde, dass diese hellen Zacken, die sind für mich ein bisschen zu knallig. Ja, aber sonst, also er ist vom Sitz her, ja klar, es ist natürlich so, wenn man die Arme hochnimmt, rutscht das ganze Ding nach oben. Das ist ja klar, das ist ja immer so, wenn man so eine lange Rundtasse hat, die so weit runter geht. Das wusste ich auch vorher, das finde ich jetzt auch in Ordnung. Also, er ist ja auch lang genug und ich ziehe den ganz gerne an, so einen Hund rauszugehen. Dann kann ich nämlich in die Hosentaschen noch die Hundetüten stopfen, dann sieht man das nicht, weil er so weit ist. Ja, also das ist in Ordnung, der Sitz ist in Ordnung. Es gab, glaube ich, zwei Größen in der Anleitung. Ich habe die kleinere Größe gestrickt und der ist immer noch riesig, ja. Gut, und er ist echt warm, also es sind verschiedene Restgarne, die ich hatte. Unter anderem dieses mit, von Hobby ist das, also es ist die Farbe, aber hier kann man das Label besser sehen. Und das ist die gleiche Qualität, nur jetzt ein bisschen eine andere Farbe. Happy Sheep heißt die von Hobby. Und das sind 165 Meter auf 50 Gramm. Und das sind 100% Wolle. Ja, das ist, genommen habe ich aber diese Farbe. So, hier in diesen Zacken, den hier. Das andere war, also auch ein Hobbygarn, so ein Verlaufsgarn, was aber dadurch, dass es nicht viele rein sind, jetzt den Verlauf gar nicht so, den sieht man jetzt gar nicht so. Und dann habe ich auch ein paar Acrylgarne verwendet. Und der ist echt warm, der Pullover. Also das, das muss man sagen, der ist, gemütlich ist er, auf jeden Fall. Ja, das war der Nimilchicks, äh, Swancho, so, von Caitlin Hunter. Mir ist tierisch warm, ich habe eben hier aufgebaut und habe die ganze Zeit dieses Ding schon angehabt. Puh, ja, für drin ist er eigentlich zu warm, finde ich. Naja, ja, wie mache ich weiter? Ich würde sagen, ich greife nochmal ein Thema auf, aus meinem letzten, aus meiner letzten Folge. Falls ihr die gesehen habt, könnt ihr euch vielleicht erinnern, dass ich dieses weiße Lochmustertuch gezeigt habe. Das war das Tuch, Entschuldigung, das war das Tuchast aus dem Buch Tücherstricken für jede Jahreszeit. Und ich zeige euch das gleich, ähm, das ist jetzt nur kurz die Vorrede. Äh, äh, und da hatte ich mit der Farbe gehadert. Das hatte ich in so einem Naturweiß gestrickt und fand das für mich zu ungünstig von der Farbe her einfach. Das hat mich so blass gemacht und irgendwie ist es sehr empfindlich von dem Weiß her. Und dann hatte ich euch ja gefragt, ob ihr schon mal mit Lebensmittelfarbe gefärbt habt. Also ein fertiges Strickstück und zwar eins, was aus Industriewolle gefertigt ist. Ich habe auch einige Rückmeldungen von euch erhalten. Also vielen Dank. Und, ähm, an dieser Stelle auch ganz vielen Dank an die liebe Tina. Ähm, ich flente euch hier unten ihren Instagram-Namen ein. Die hat sich nämlich auch bei mir gemeldet. Und hat, ähm, wir hatten da so ganz netten Kontakt und sie hat mir angeboten, dass sie das Tuch für mich färbt. Sie ist Handfärberin und, ähm, schon seit vielen Jahren. Ja, und, ähm, dann hat man das auch erst vor und hatten das auch schon so abgesprochen, dass ich ihr das zuschicke. Weil sie jetzt auch nicht gerade direkt um die Ecke wohnt. Und, ja, dann hat es mich aber irgendwie am nächsten Tag die, der Ehrgeiz gepackt. Also die, die DAK vom, äh, sehr wohl Studio Buzz Podcast, die kennt ihr sicher auch. Die hat mir auch geschrieben und sie hat mir auch ein paar Tipps gegeben zum Färben. Naja, und auf jeden Fall hat mich der Ehrgeiz gepackt. Und ich habe gedacht, das muss ich auch selber hinkriegen. Da habe ich mir in der Früh, äh, Montagfrüh den Spaghetti-Topf geschnappt und meine restliche Lebensmittelfarbe, die ich noch hatte. Und habe gedacht, jetzt probiere ich es einfach. Was kann schon passieren? Außer, dass das Tuch hinterher eine komische Farbe hat, die ich vielleicht dann nochmal überfärben kann, oder? Ja, und jetzt zeige ich euch, was draus geworden ist. Inzwischen ist es gewaschen, getrocknet und so weiter. Ja, und jetzt sieht es so aus. Moment. So. Jetzt habe ich gerade hier diese Stelle, die ein bisschen faunst ist. Da werde ich mal kurz, jetzt zeige ich euch den schönen Teil. So ist es geworden. Es ist ein, wie ich finde, ganz schönes hellgrau geworden mit einem ganz leichten Stich ins, oh, ins Taubenblau. Also so ganz leichtes Blaugrau. Manchmal ist es auch so ein leichter Lavendelstich, also je nachdem, wie man es vom Licht her, wie es gerade im Licht erscheint. Und ich finde, es ist eigentlich ganz gut geworden. Also mir gefällt das jetzt so. Bis auf das, was ihr gerade schon zuerst gesehen habt. Oh, da ist so eine Stelle, die ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen lila. Ja. Ist wieder okay. Hier. Ganz zeigen. Hier ist eine Beule. Hier. Da habe ich es am Balkon über diese Lehne oben vom Klappstuhl gehängt und habe gemeint, naja, es kann jeder noch rausspannen, aber die Beule ist immer noch drin, aber egal. Ja, so sieht das jetzt aus. Dann mache ich es mal um, damit es mir noch wärmer wird. Ja, und ich finde die Farbe jetzt, also ich finde die Farbe jetzt besser für mich. Ja, gefällt mir gut. Ja. Ja, und ihr habt es gefärbt mit, wie gesagt, mit Lebensmittelfarben. Und es gibt ja auch ganz viele Videos auf YouTube zum Färben und so mit allen möglichen Sachen. Ja, ich will jetzt gar nicht so drauf eingehen, aber ich zeige euch trotzdem, womit ich das gefärbt habe. Und zwar waren das eigentlich zwei verschiedene Lebensmittelfarben. Die habe ich bei Amazon bestellt, beide. Und der erste Versuch dieses Tuches war hier mit diesem. Ja. Kostet auch nicht viel, weiß ich nicht, so wie 10 Euro, glaube ich, oder so. Also 10, 15 Euro, das habe ich schon länger. Und da habe ich das schwarz genommen. Und da habe ich schon gemerkt, beim, also klar, ich habe Topf heißes Wasser, also ausreichend großer Topf voll gemacht mit Essig rein. Und dann habe ich diese Farbe, die schwarz rein, habe das erstmal gut verrührt. Und beim Reinträufeln, also das ist eine flüssige Farbe, habe ich schon gemerkt, die ist irgendwie so mehr Aubergine-Lila statt, also so braun-Aubergin-Lila statt schwarz. Da habe ich schon, ob das was wird. Dann habe ich das Tuch erstmal rein und so richtig schwarz war das. Also es war auch nicht grau, also es hatte irgendwie diesen Lila-Stich. Und dann habe ich noch, weil es auch zu wenig Farbe war, ich hatte nicht mehr so viel. Da habe ich noch ein anderes Schwarz genommen, von einer anderen Lebensmittelfarbe, und zwar das hier. Bakery, wer heißt das? Bakery Team. Auch von Amazon. Wilden Glasurfarben-Set, 8x28 Gramm, also 8 verschiedene Farben, beziehungsweise der eine ist noch extra drin. Und das ist allerdings, das ist so wie so ein Gel, also das ist nicht flüssig. Und das muss man erst anrühren. Und das Blöde ist, das löst sich nicht gut auf, wenn man auch nicht, wenn man das in wenig Wasser, egal ob kalt oder warm, anrührt, das löst sich nicht gut auf. Dann habe ich das so mehr schlecht als recht aufgelöst bekommen und habe dann dieses Konzentrat noch reingeschüttet. Und ich habe auch das Tuch im Topf immer bewegt, also das ist nicht der Grund, oder ja, wahrscheinlich ist es doch der Grund, dass ich es zu wenig bewegt habe, auf jeden Fall, dass dieser Fleck da drin ist. Ja, auf jeden Fall habe ich dann das noch reingeschüttet und das war richtig schwarz. Und ja, dann sah das eigentlich ganz gut aus. Im Topf sieht man es halt nicht so richtig, weil das ist so ein Alu-Topf, so silbern und da ist es halt dann drinnen in diesem Topf dunkel. Der ist ja hoch und da sieht man jetzt nicht so gut, wie die Farbe hört. Aber ich hätte gedacht, so bei Grau kann man jetzt nicht allzu viel falsch machen. Also, ja, so ist es halt geworden. Und dann hat sich noch sehr viel, nachdem ich das halt eine bestimmte halbe Stunde habe drin liegen lassen, immer wieder bewegt, bei ausreichender Hitze, also natürlich nicht kochen, das wisst ihr ja, habe ich gedacht, jetzt können es mal langsam so ausreichend fixiert sein. Dann habe ich es rausgenommen und dann im Waschbecken ausgewaschen, ganz oft und dann auch nochmal mit Wollwaschmittel. Und da ist natürlich noch sehr viel an Farbe rausgegangen. Da sind alle möglichen Farben rausgegangen, blau und lila und so. Das ist halt bei den Lebensmittelfarben einfach so, dass da sich diese Farben auch oft trennen. Also, du tust halt, keine Ahnung, blau rein und dann trennt sich aber irgendwie so ein Rosa ab oder so farblich. Also, ja, es ist halt jetzt nicht ursprünglich gedacht, um Kleidung zu färben. Ja, aber macht nichts. Ich finde es in Ordnung, diesen einen Fleck, den finde ich jetzt nicht so schlimm. Man hat es ja sowieso drum gewickelt und da sieht man das gar nicht. Ja, und ich bin damit zufrieden. Und trotzdem, liebe Tina, danke, dass du mir das angeboten hast. Ich bin davon überzeugt, dass es mit deiner Färbetechnik sehr viel schöner noch geworden wäre. Aber, ja, jetzt kann ich mir nichts sagen, ich habe das selber gemacht. Ja, das Tuch, was ich selbst nachgefärbt habe. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann meldet euch gerne. Ich habe bestimmt irgendwas jetzt vergessen zu erzählen. Gut, ich habe noch eine Menge an Fortschritten zu zeigen und ich würde gerne anfangen mit dem Nightshift-Schall. Und dann muss ich mal kurz hier vorne hingreifen. Den kennt ihr schon, aber es ist hoch ein Stück gewachsen. So, der Nightshift-Schall ist ja, wie ihr sicher wisst, eine Anleitung, eine Kaufanleitung auf Reverie von Andrea Maury. Und den hatte ich euch jetzt, glaube ich, schon zweimal gezeigt, aber jetzt ist er noch ein ganzes Stück größer geworden. Ich habe immer das Problem, den zu zeigen. Boah, vor dem Sweater sieht der echt schrecklich aus. So ist er jetzt. Also letztes Mal war ich, glaube ich, irgendwo hier. So. Ja, jetzt ist noch mal ein ganzes Stück dran gekommen. So. Da habe ich angefangen. Ja. Also wenn ihr noch Details wissen wollt, könnt ihr noch mal in den älteren Videos schauen. Also älteres, gut, also in den vorherigen Videos, wo ich den auch schon mal gezeigt habe und auch gesagt habe, welche Wolle ich dafür nehme. Und ja, ich hatte ja den Zauberball Edition 6 für die Hauptfarbe. Also für das praktisch, was hier sozusagen der Hintergrund ist. Also ja, es gibt ja eine Hauptfarbe und es gibt das mehrere, wie heißt das jetzt, Main Color und Kontrastfarben. So, das gibt es ja da und da habe ich für die Kontrastfarben, hier dieses Grün und dann immer, was diese Nupsis da macht, habe ich halt verschiedene Farben genommen. Das hatte ich euch schon mal gezeigt. Muss ich jetzt nicht noch mal erzählen. Aber die Hauptfarbe war eben dieser Zauberball. So, gleich das Etikett, was ich mir extra hingelegt habe. Also hier, ich sage immer Edition 6, der heißt aber Stärke 6 von Schoppel. So, und ja, da hatte ich ja die Farbe, für den unteren Teil die Farbe Schokoladenseite und der war mir dann hier ungefähr ausgegangen. Irgendwo, ich glaube hier so, hier bei dem Grün. Okay, und dann hatte ich ja überlegt, auch schon laut überlegt beim letzten Zeigen, welche andere Hintergrundfarbe ich dann nehme. Also ich hatte ja zum Beispiel zur Auswahl auch so ein selbstgefärbtes Garn, also nicht von mir selbstgefärbt, aber ja, 6-fach Sockenwolle. Oder ob ich eine der Hintergrundfarben, also ob ich Hintergrundfarben als Hauptfarbe, nein, ob ich Kontrast, die Kontrastfarben, die ich bisher hatte, jetzt als Hintergrundfarbe nehme. Mann, ich rede wieder durcheinander. Und dann habe ich aber das doch nicht gemacht, weil diese Kontrastfarben, die ich habe, so viel Baumwolle sind. Und ich dachte, dann ändert sich so irgendwie das Gestrick, wenn ich dann nur noch so hauptsächlich Baumwolle drin habe, weil der Zauberball ist ja mit Wolle. Mit, ja, so wie die Sockenwolle, ne, 75, 25. Aber ich hatte noch einen anderen Zauberball, und zwar heißt der Camouflage. Und der ist jetzt allerdings mehr Blau-Grün. Der hat zwar auch so, kurz ablegen hier, da kommen zwar auch so orangefarbene Partien, also einen Teil von dem Orange habe ich jetzt schon verstrickt, aber da kommt noch mehr. Ja, aber er ist halt doch hauptsächlich Blau-Grün, und da war ich mir erst nicht sicher, weil ich dann dachte, hm, passt das dann so? So, so auf einmal Blau drin. Aber ich finde es ganz schlecht. Also mir gefällt es eigentlich ganz gut. Es geht halt jetzt über in so mehr, so von hier unten, mehr so Rot-Orange-Braun. Hier in mehr Blau-Grün. Ja, und das Einzige ist, dass ich finde, dass man diese verzwirnte Optik nicht so doll sieht, bei dieser Farbe. Ja, aber ansonsten finde ich es ganz gut. Ja, und wie lange ich das jetzt mache, weiß ich noch nicht. Der ist halt noch lange nicht groß genug, und der ist schon schwer, aber wenn ich den jetzt mal so, geht das schlecht? Nee, so muss ich den wickeln. Wenn ich den jetzt rumwickeln würde, so, da fehlt halt hier noch. Hier geht es schon, so, aber hier fehlt noch so ein Zipfel. Also da muss ich schon noch hinstricken. Ja, alles noch dran. Ich dachte schon, jetzt ist mir das... War so ein komisches Geräusch. Sind mir die Maschen runtergefallen? Nee. Ja, da geht es weiter. Da stricke ich mal so ganz gerne abends beim Fernsehen dran. Ja, und... Aber immer habe ich auch nicht Lust, an den Hebelmaschen zu stricken. Das ist dann doch so... Nicht so flüssige Stricken, finde ich, wie jetzt so glatt rechts oder sowas. Ja. So. Dann haben wir die wieder weggepackt. Ich habe immer so... Ich habe gar nicht so Projekttaschen, nein. Ich habe alle so tolle Projekttaschen, nur ich nicht. Ich habe hier zum Beispiel so eine Lana-Grosshaart-Tasche. Und dann habe ich immer ganz viel so Jute-Beutel vorbeinkaufen, wo ich meine Sachen reintue. Weil, ja... Ich habe dann auch immer ganz viel Wolle noch mit da drin. Also die ganze Wolle, die hat zu dem Projekt gehört. Und wenn ich jetzt alles so große Projektbeutel kaufen würde, dann... Klar sieht das viel schöner aus. Das weiß ich. Also, aber... Ja. Habe ich jetzt gerade so nicht. Aber macht nichts. Geht auch so. Ja. So, dann als nächstes zeige ich euch eine Neuanstrecke. Ja, und ich habe schon wieder... Ich bin schon wieder schwach geworden. Ich bin jetzt doch ein bisschen mehr auf Instagram, wie noch so vor ein paar Monaten. Ach, das ist so schlimm. Und ich komme da manchmal echt nicht von weg. Und dann sind da so tolle Sachen. Und dann sind ja auch da ab und zu Teststrickaufrufe. Ja, da bin ich... Ja, schon letztes Mal habe ich euch einen Testanstrick gezeigt. Den Lola Cardigan zeige ich euch aber gleich noch. Da bin ich nämlich auch schon weiter. Aber erst zeige ich euch einen Testanstrick, den ich jetzt nochmal neu angefangen habe. Diese Woche. Der ist auch so schön. Ich finde den so schön. Und zwar ist das ein Sweater. Der Rock Sweater von Gift of Knitting. Heißt die Designerin, die Alina. Und blende ich euch wie immer ein. Kann ich aber schon zeigen, wie weit ich da bin. Und zwar sieht der so aus. Jetzt ist die Nadel ein bisschen kurz. Aber ich denke, man kann es trotzdem sehen. Ja, das ist so ein schönes Zopfmuster. Hoch. Moment. Eine Masche. Einmal. Ja. 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 So sieht es aus. Finde ich ein ganz, ganz interessantes Muster, was hier so als Block beginnt, aber dann hier so ausläuft nach oben hin. Also schmaler wird und das ist hier genauso auf der anderen Seite. Sieht sich jetzt ein bisschen zusammen, aber ich denke, man kann das so einigermaßen erkennen. Ja, und der wird, wie ihr erkennen könnt, von unten nach oben gestrickt. Also erst dieses breite Bündchen. Ich finde das schön, ich mag so breite Bündchen echt gerne. Ja, und dann in Runden weiter nach oben. Und das wird halt dann hier bis unter den Arm gestrickt und dann wird das, glaube ich, geteilt. Ich glaube, dann kommen so Drop-Joulders, wo hier so ein paar Abnahmen gemacht werden, damit es so ein bisschen schräg ist. Und ich glaube, dann wird das oben zusammen gestrickt an den Schultern, also zusammen abgekettet. Und dann die Arme, die Ärmel rausgestrickt aus den Maschen. Ja, und stricken tue ich das mit der Schachenmaier Originals Trachtenwolle. Die finde ich zum Verstricken sehr angenehm. Also ich habe die schon mal in meinem einzigen oder fast einzigen Paar Socken, die ich meinem Mann gestrickt habe, habe ich die schon mal in dunkelblau verstrickt. Und da hatte ich damals mehrere Farben gekauft. Und alles so Naturfarben, also dieses Wollweiß mit diesen kleinen Tweed-Sprengkeln. Das finde ich echt schön. Das sehen, ja, ne? Hier so kleine Sprenkelchen drin. Aber die nicht wirklich dickere Stellen sind, sondern die sind einfach nur so, als wenn da so ein Fädchen mit drin wäre. Ja. Also die hatte ich so Naturfarben, in diesem Wollweiß und dann noch in so einem hellen Beige und so einem Graubeige und braun und dunkelgrau. Also ich hatte überall, glaube ich, zwei Knäufe bestellt, weil ich nicht wusste, welche Farbe ich dann im Endeffekt nehmen werde. Und jetzt ist mir das zugute gekommen. Jetzt habe ich mich daran erinnert, weil ich eine bestimmte Garnstärke halt brauchte für diesen Teststück. Aber da dachte ich, oh, das könnte ich eigentlich nehmen. Jetzt habe ich nochmal nachbestellen müssen, weil zwei Knollen natürlich zu wenig sind. Das sind 100 Gramm. Ich werde wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ob ich mit 400 Gramm auskomme. Dann kann sein, dass ich noch ein fünftes Knoll brauchen werde. Also ich habe jetzt noch drei bestellt. Ja, und das ist, das ist die Farbe 80 und das ist von der Zusammensetzung her, steht denn das, 63% Wolle und 37% Polyacryl. Also es ist jetzt ein etwas niedrigerer Wollanteil, als man es so vielleicht gewohnt ist. Und die ist auch nicht jetzt super weich, also die ist schon angenehm, die kratzt auch nicht, aber sie ist schon, wie heißt das immer so schön, griffig. Und finde ich schön zum Verstricken, also mir macht es Spaß, die zu verstricken. 100 Gramm haben 185 Meter. Ja, also kommen wir mit 100 Gramm jetzt nicht super weit. Ich habe jetzt gerade das zweite Knoll angefangen und das ist, ja, also ungefähr so bis hier, glaube ich, so was, so bis hier waren 100 Gramm. Ja, das ist ein Teststrick. Ich glaube, da muss ich fertig sein bis Mitte Februar oder Ende Februar oder so. Also, ja, sollte ich schaffen. Ja, das ist der Vox Sweater von Gift of Knitting, heißt die Designerin, die Alina. Sehr schön und macht Spaß zu stricken. Und geht gut abends, eben weil es so schöne, helle Wolle ist. Das ist so bei dem Night Shift, wo man dieses Gefitzel hat mit den Hebemaschen und dann immer bunt und das sieht man kaum den Unterschied zwischen Haupt- und Kontrastfarbe. Das ist ein bisschen anstrengend, aber das ist für abends ist das super. Und man kommt halt schnell vorwärts. So, was haben wir denn in 30 Minuten? Ja, ungefähr. Kann ich noch ein bisschen was zeigen, oder? Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Zeit. Und zwar würde ich euch jetzt gerne noch zeigen, meinen Fortschritt an meinem anderen Teststrick, an einem Lola Cardigan. Der Lola Cardigan ist ja auch eine, also Teststrick, habe ich ja schon gesagt, und zwar eine Anleitung von der Anneliesel, nennt sie sich auf Instagram. Und das wird ja eine Anleitung für Hobby, also die Woll, der Wollversand oder inzwischen auch Wollgeschäft. Gibt es, glaube ich, auch schon eine Filiale in Deutschland. Und die haben ja auch Anleitungen, kostenfrei und kostenpflichtige. Und das wird eine Anleitung für Hobby, die man dort dann sicher auf der Webseite in irgendeiner Form wird erwerben können. So, und so sieht der bisher aus. Ich habe jetzt beide Ärmel fertig. Letztes Mal hatte ich einen Ärmel, glaube ich, noch nicht ganz fertig, meine ich. Ich glaube, ich hatte das Bündchen noch nicht. So, und ihr seht, das sind so Ballonärmel, also nicht ganz extrem, aber schon gerade gestrickt bis unten und dann Maschen abgenommen und dann kommt das Bündchen. So, hier auch nochmal. Und ich habe dreifädig gestrickt. Habe ich im letzten Video schon mal ein bisschen was zu erzählt. Dreifädig, wobei ich, wie ihr seht, so einen Farbverlauf habe. Hier oben dunkel, dann wird es hier heller und dann hier noch heller, beziehungsweise am Ärmel, der ja schon fertig ist, sieht man das besser. Da wird es hier unten dann noch heller. Ich habe dann immer so einen Faden ausgetauscht gegen einen anderen, sodass dieser Kontrast oder dieser Verlauf nicht so aufhellig ist. Ja, und hier unten muss ich mal sehen, der ist relativ kurz. Ob ich den vielleicht noch ein bisschen länger stricke, weil ich habe, also da passiert ja jetzt nichts mehr. Das ist gerade runtergestrickt, da kommt noch ein Bündchen. Ich habe auch meine Rückmeldung für die Anleitung schon an die Designerin gegeben. Alles, was mir so aufgefallen war, habe ich schon rückgemeldet. Und insofern bin ich eigentlich schon sozusagen mit dem Teststrick durch. Wie gesagt, hier kommt nur noch ein Bündchen dran. Also da passiert jetzt nicht mehr so viel, was irgendwie noch einer Rückmeldung bedarf, denke ich. Und deshalb mache ich ihn vielleicht ein bisschen länger für mich. Muss ich mal sehen. Ich weiß nicht, wie das aussieht, wenn die Ärmel schon so ballongig sind. Und wenn der jetzt auch noch länger ist, ob das dann doof aussieht. Ob ich dann aussehe so wie Back to the 80s oder sowas. Also vielleicht hat der wirklich einfach deshalb seinen Reiz, weil er eben kurz ist. Muss ich mal sehen. Also das weiß ich noch nicht genau. Vielleicht mache ich ihn auch erst kurz, mache Fotos und dribble das Bündchen nochmal auf und mache ihn dann nochmal länger. Bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Aber eine anfängertaugliche Anleitung. Mit, ja, kurz, knapp, ohne großen, wie soll ich sagen, ohne zu viel drumherum zu beschreiben. Also wirklich kurz und knapp und gut beschrieben. Und es wird von hier oben gestrickt. Also erst dieses Neckband hier oben sozusagen. Und dann werden da Maschen aufgenommen. Und dann wird von oben nach unten gestrickt mit so einem Racklan. Gucken wir mal, dass man das hier sieht in den Millierten. Also hier ist eine Racklan-Linie. Und hier vorne ist dann das, die Blende ist direkt dran gestrickt. Also die, es ist sozusagen die Verlängerung hier oben von diesem Neckband. Wie heißt denn das jetzt auf Deutsch? Also oben dieser Kragen. Das ist hier sozusagen, wird hier fortgeführt als Blende. Ja, finde ich gut. Eine gute Anleitung. Eine einfache Anleitung. Ja. Der Lola Cardigan von Anne Liesel. Genau, woraus ich es gestrickt habe, habe ich euch letztes Mal schon erzählt. Muss ich nicht nochmal sagen. Und dicke Nadeln der Nadel. Zehn habe ich genommen. Also richtig fette Nadeln. Ich habe zum Glück nicht so das Problem, dass mir da die Hände wehtun. Also oder die Handgelenke. Ich glaube, das haben doch einige von euch, die sagen, boah, das ist so anstrengend. Mit so dicken Nadeln. Und ja, ich meine, ich möchte es auch nicht immer so mit Zehnernadeln stricken oder so. Aber ich bin dann auch wieder ganz froh, wenn ich ganz normale, also normale Größe, dreieinhalb, vier irgendwie sowas dann hinterher in der Hand habe. Das ist dann doch irgendwie wieder so entspannend. Jo. Das ist alles, was ich euch an Fortschritt zeigen wollte. Oder? Nein, ich habe noch was. Ich habe noch was. Ach, hat sich, versteckt sich in meiner nicht herzeigbaren, in meinem nicht herzeigbaren Jutebeutel. Gleich wieder weg. Ich schäme mich fast ein bisschen, weil ganz viele immer so schöne Projekttaschen hochzeigen. Und ich komme mit so einem verlotterten Beutel da an. Deshalb zeige ich das nicht. Ja, und zwar ist das, da habe ich euch vor drei Folgen oder so ungefähr gezeigt, der Swellowtail. Ein, wie ich finde, wunderschöner Colorwork-Fullover mit einem großen Schmetterling hier vorne drauf. Die Anleitung ist von Jamie Hoffman. Auch von, also die Kaufanleitung, auch von Reverie. Und da bin ich ein Stückchen weitergekommen. So. Und zwar jetzt so, dass ich den tatsächlich mal überschmeißen kann. Wenn ich jetzt nicht dieses Ding anhälte. Und das mal kurz. Also keine Angst, ich habe doch ein T-Shirt drunter. Passiert nichts Schlimmes. Ihr könnt weiter zugucken. So. Ein neutrales T-Shirt. Aber dann kann ich das viel besser zeigen, wenn ich den mal kurz überwerfe. So. Brille ab. So. Ich will ihn aufsetzen, sonst sehe ich nicht, was ihr seht. Ja. Oh, schief. So sieht der aus. Na, jetzt. Ja. Doch nicht so einfach. Gut. Also, das ist der Swellowtail. Und soweit bin ich jetzt. Ich, beim letzten Mal war ich irgendwo, keine Ahnung, hier so mitten in einem Schmetterling, glaube ich. Und jetzt habe ich den Schmetterling beendet und habe, glaube ich, noch so drei, vier Reihen oder Runden. Bis dann, glaube ich, nochmal so ein kleines Abschlussmuster kommt, bevor dann die Ärmel abgeteilt werden. Dieses Abschlussmuster ist meiner Erinnerung nach optional. Das heißt, man muss erstmal gucken, wie die Rundpaste hier ist. Wenn die schon lang oder tief genug ist, dann kann man das auch weglassen. Aber das muss ich aber nochmal nachlesen. Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr auswendig. So, also ihr seht, kommt ein bisschen näher. Das hier, glaube ich, das wird noch zu Ende gemacht, dieses Ding hier. Und hier diese Zacken da. Und dann ist dieses Hauptmuster fertig. So. Mal von der Rückseite zeigen. So. Weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Ich drehe ich einfach mal um. Keine Ahnung, was ihr jetzt seht. Und hinten ist halt, ups, ist dann nur dieses, ja, florale Muster nochmal rundherum. Sehe ich mich zum ersten Mal mal so, mal so richtig mit dem Ding. Gut. Mir gefällt das. Ja. So sieht der aus. Und ich habe den ja gestrickt aus vielen verschiedenen Farben. Habe ich euch auch schon mal gezeigt. Nur nochmal kurz zur Erinnerung. Von der Schiebjes Stonewashed. Ach, so ein Quatsch. Braun. Ein bisschen zerfleddert schon. Grau. Hier gerade muss ich jetzt das nächste Knäuel anfangen. Und der Hauptteil hier unten, der wird dann, also jetzt kommt praktisch, wenn das hier zu Ende ist mit dem Grau, mit diesem Muster, kommt, glaube ich, nochmal ein Stückchen Muster, also nochmal dieses andere Muster, wo der Hintergrund, glaube ich, so ist. Also in dieser Farbe. Und dann praktisch der Körper ist dann in einer weiteren Farbe, die jetzt bisher noch nicht aufgetaucht ist. Und da werde ich wahrscheinlich das nehmen. So. Und hier unten kommt dann auch nochmal ein Muster. Da weiß ich noch nicht, ob mir das zu viel wird. Vielleicht lasse ich das weg. Ich habe auf Reverie aber kein Projekt gefunden, glaube ich, die das mal weggelassen haben. Weil das hätte mich mal interessiert, wie das dann aussieht, wenn dieses Muster hier unten nicht mehr da ist. Weil vielleicht ist alles zu viel dann sonst mit den ganzen Farb wechseln. Und dann hier oben ist ja der Blickfang eigentlich hier. Und dann da unten auch nochmal, weiß ich noch nicht. Ich glaube, auf den Ärmeln ist da auch nochmal ein Muster. Da weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. Also es entscheide ich dann ad hoc sozusagen. On the go. Ich fand das dazu auch nicht schlecht. Weiß ich noch nicht. Aber ich glaube, ich finde dieses Curryfarbene besser. Ja, ich hätte auch noch dieses Dunkelblau. Was, vielleicht könnt ihr euch erinnern, letzte Woche habe ich, oder letzte Folge, ja, letzte Woche, habe ich diesen kleinen Babycardigan gezeigt. Das war ja auch die Sheepier Stonewashed. In diesem schönen Dunkelblau. Den könnte ich mir auch als Hauptfarbe vorstellen. Ja, also entscheide ich noch. Aber so gefällt es mir schon mal ganz gut. Ja, oder? Wie findet ihr das? Ich hoffe, es gefällt euch auch. Ich bin schon echt gespannt, wenn der fertig ist. Weil das ist jetzt, glaube ich, das aufwendigste Colorwork, was ich bisher in meiner Strickkarriere gestrickt habe. Und auch wie sich das dann verhält mit dem Tragen und so. Weil das ist ja Baumwolle hauptsächlich. Und trotzdem ist es ja so weich. Es ist schon so ein bisschen fusselig. Das greift gut ineinander für Colorwork, die Fäden. Also, ja, finde ich schön. Jetzt lasse ich, glaube ich, den Dinges da aus. Das ist echt so warm. Jo, das war der Swellowtail. So, ich sehe nichts, ne? So. Ja. Auch beiseite. Ja, und dann würde ich euch gerne... Dann würde ich euch noch zeigen, gerne, was bei mir noch eingezogen ist an Wolle. Ja, und dann dachte ich erst mal, ja, das muss ich dieses Jahr mal ein bisschen mit Wolle kaufen. So ein bisschen Piano machen. Aber das hat schon im Januar nicht wirklich funktioniert. Ich habe ein bisschen Wolle eingekauft. Und zwar gleich zweimal. Einmal bei der Nina von Knüttedirn. Da habe ich schon mal von berichtet, vor zwei Folgen oder so, dass ich die Wolle so wunderschön finde. Erstens von der Qualität, also von dem... Weil die so viel Volumen hat, also obwohl das Sockengarn ist, ist aber hochwertiges Sockengarn und auch mit zum Teil mehr Merino-Anteil. Auf jeden Fall finde ich die Qualität sehr schön und sehr weich und die Farben finde ich einfach toll. Ja, nachdem ich diese Folge vorletztes Mal oder so gedreht habe, also gemacht hatte, aufgenommen hatte, gedreht, das schnappt sie über, habe ich mich selber so inspiriert von mir selber gefühlt, dass ich gleich da nochmal eingekauft habe. Gut. Ja, und zwar habe ich gekauft. Diese beiden süßen. Das sind 75 Merino- und 25 Polyamid. So. Oh, die fand ich so schön. Ich finde dieses Lila da so toll da. Ja. Also diese überhaupt mit dem Gelb und so. Das hat mir so gut gefallen. Die zwei. Dann hier so ein einzelne, weil ich hatte schon gelb-grau, ein bisschen heller. Ja, und dann dachte ich, da könnte ich vielleicht so einen schönen Fade dann daraus machen. So ein bisschen Neon da unten. Das klackert jetzt, Entschuldigung. Ja, und das sind 75 Merino- und 25 Polyamid. Genau. Da hängt auch so ein hübscher Maschenmarkierer mit dran. Kleiner Fisch. Und von dem nächsten habe ich drei Stränge. Die haben immer keine Namen, glaube ich, die Farben. Fand ich auch sehr schön. Da hängt auch so ein kleiner Maschenmarkierer dran, so ein Blättchen. Deshalb klappert es jetzt ein bisschen. Das ist so für mich echt so frühlingsmäßig, so schon. So wie so ein Erdbeereis oder so Erdbeereis mit irgendwie so Schokostreuseln drauf oder sowas. Ich habe schon Halluzinationen. So, das sind 89% Merino und 11% Polyamid. Also auch noch mal weicher. Ja. Und als wenn das nicht schon genug wäre, habe ich dann noch an einem Etsy-Shop bestellt. Und zwar bei Made by Marble Look. Da hat mich die Mandy vom Kanal Mandy Strick jeden Tag mal draufgebracht. Die hat er da auch schon, glaube ich, öfter bestellt und auch schon den Boxy von Jorge Locatelli draus gestrickt. Aus einer Färbung, die mir unheimlich gut gefiel. Und zwar war das die Färbung Wattwand. Ich verwechsel immer Strandläufer und Wattwanderer. Ich glaube, Wattwanderer. So, und ihr seht schon, hier kommt noch was. Das ist noch im Karton. Ja. Und zwar habe ich da bestellt So, und das ist eine Sockenwolle Vierfach Fein Cotton. Also 50% Schuhwolle Superwash. 25% Baumwolle und 25% Polyamid. 416 Meter auf 100 Gramm. Also eine Baumwoll-Sockenwolle. Und das ist die Nebulus. Nebulus. Oder so. Also so ein hübsches Grau. Habe ich das falsch rum, ne? Ne, beim Marble-Look. So. Ja. Ich sehe das in der Kamera spiegelverkehrt, aber ihr müsstet es eigentlich richtig rumsehen. Das ist zumindest bisher immer so gewesen. Also so ein hübsches, helles Nebelgrau mit so bunten, also vornehmlich pinken und einigen gelben Partien drin. Schön. Ich wollte nämlich was mit Grau. Also das nicht immer alles so quietschbunt ist. Ich habe ja immer sehr viel bunte Garne. Und das Grau hat mich sehr angefixt. Ich lasse mal kurz ab, weil das sonst so raschelt. Und diesmal habe ich auch mal mehr Pullover-Mengen bestellt. Hoppala. Weil ich sonst immer so viele Einzelstränge habe. Und dieses Mal habe ich mal von einer Färbung mehr bestellt. Damit ich auch wirklich mal vielleicht aus einer Farbe ein Teil bekomme. So, und das nächste ist, da habe ich vier von. 75, 25 Sockenwolle, vierfach Basic. Stehe ich nochmal auf. So, da habe ich vier von. So. So ein schönes Rosa mit Curry und ein bisschen Grau, ein bisschen Blau und Sprenkeln drin. Oder, ja, Sprenkel sind auch drin, auch so kleine Farbtupfer. Ja, das ist noch nicht vorbei. So, dann habe ich hier. Achso, das war die Farbe Lily. Ja, die heißt Lily. Genau. Dann, das hat mich auch, die Farbe hat mich auch dann angesprochen. Ich hatte, boah, dies gefällt mir auch. Und das, die heißt Crushed Ice. Und das ist jetzt auch Sockenwolle, vierfach Premium. Die ist ein bisschen weicher, wie jetzt gerade die Lily, die ich euch gezeigt habe. Die Lily war so ein Basic Garn und das ist jetzt nochmal Premium. Und das ist, ja, Crushed Ice, also so ein schönes Eisblau. Wirkt jetzt fast hier, das ein bisschen gelblich ist es, aber also Wollweiß. So, die drei. So, dann wird es nochmal, uah, ist jetzt nochmal kreischig. Bohemian Rose heißt diese Farbe. So, da habe ich jetzt nur zwei von, weil die würde ich, da würde ich mir jetzt, glaube ich, keinen kompletten Sweater oder Jacke oder so draus stricken, sondern das würde ich jetzt kombinieren mit irgendwas Neutralem. Vielleicht einem Anthrazit oder, keine Ahnung, Wollweiß oder so. So, ja, das ist auch die Premium, die Vierfachsockenwolle Premium, also die etwas weichere. Sehr schön. Da ist mir sofort sowas von so Sonne Sommer eingefallen. Die hat ja auch manchmal den Lissy Sweater zum Beispiel oder sowas. Auch in so einer, mit so einem Neon-Grün-Gelb, da irgendwie sowas, wo so vielleicht Streifen drin sind in so einer Farbe. Ja, und zu guter Letzt, die Farbe, die ich eigentlich wollte, also eigentlich wollte ich nur die und dann bin ich aber da so ausgeufert. Das ist der Wattwanderer und das ist jetzt wieder die Basic Sockenwolle und das ist das, wo mich eigentlich die Mandy halt mit angefixt hatte. Das ist so ein blau-grau, also so ein rauchiges Blau mit diesen, ja, bernsteinfarbenen Partien drin. Jetzt ist aber erstmal gut. Ja, da könnte ich immer so einfach das angucken, wenn es so schön ist. Ja, jetzt habe ich bloß keinen Platz mehr im Schrank gerade, deshalb ist das noch im Karton. Ich denke, immer aufpassen muss, dass die Katzen sich nicht drauf gemütlich machen. Ja, meine Einkäufe. Schlimm ist das. Oh, ich habe so schlechtes Gewissen deswegen, aber jetzt ist erstmal wieder gut gerade. Also außer jetzt die Nachbestellung für den Teststrick, muss ich jetzt erstmal ein bisschen Pause machen, was das Bestellen angeht. Ja, und zu guter Letzt würde ich euch gerne noch zeigen oder kurz erzählen, was ich noch so vorhabe zum Stricken in diesem Jahr. Das, was ich jetzt sage, hat wahrscheinlich eine Halbwertszeit von, was weiß ich, nicht allzu lange, weil ja doch immer wieder neue Sachen kommen, die dann, wo ich dann gleich denke, so, das muss ich jetzt zuerst machen. Aber diese Sachen habe ich tatsächlich schon länger auf meiner Liste und ich würde gerne, zumindest strebe ich an, die in diesem Jahr gerne stricken zu wollen. Endlich mal, nachdem ich die Anleitung auch schon lange habe. Und das sind zum Teil echte Klassiker. Die kennt ihr bestimmt alle oder zum größten Teil oder habt sie vielleicht sogar auch schon gestrickt. Ja, und da fange ich mal an mit dem Ranunculus. Es tut mir jetzt leid, ich habe, unser Drucker ist so ein bisschen komisch. Der macht immer so Streifen und ein bisschen verknickt ist es auch schon. Aber der Ranunculus, eine vielbestrickte Anleitung, Kaufanleitung auf Reverie von Midori Hirose. Die ist schon von 2017, die Anleitung. Aber ja, die reizt mich schon, weil ich glaube, dass es auch schnell gestrickt ist. Und die würde ich gerne aus irgendwie leichtem Garn stricken, damit das so etwas ganz, ganz Leichtes wird, was man einfach so überwirft mit einem relativ großen Ausschnitt. Und vielleicht Dreiviertelärmeln, also weiß ich noch nicht genau. Ich habe auch noch nicht so ein paar Ideen, mit welcher Wolle ich das stricken würde, aber ich weiß es noch nicht. Und ja, mal sehen. Vielleicht mache ich auch einen Sommeroberteil daraus mit kurzen Ärmeln, dass ich das aus einem Bobbelstricke. Also aus so einem 50-50 Bobbel, so 50 Poliakul, 50 Baumwolle. Also dass es dann mehr so wird. Ja, so etwas Kurzärmliches. Muss ich mal gucken, ob... Beim Bobbel ist immer so doof. Wenn man dann hier unten ist, dann ist man ja schon bei einer anderen Farbe. Wenn man dann noch an den Ärmel was dran strickt, passt die Farbe ja hier oben nicht mehr. Wenn aber das hier so ist, dass man sozusagen an den Ärmel gar nichts mehr dran stricken muss, also dass man sozusagen einfach von oben runter strickt und dann ist fertig, dann wäre das mit dem Bobbel noch eine Idee. Ja, muss ich mal gucken. So, dann würde ich gerne mal was von Lothilda stricken. Die habe ich auch schon ganz lange auf dem Schirm. Und das ist eine Anleitung, die habe ich auch schon länger. Das ist der Kim Jumper. Die finde ich auch immer sehr edel und schlicht und trotzdem klassisch. Die Sachen von ihr... Also da gefällt mir fast alles von ihr. Und ja, jetzt weiß ich bloß noch nicht, ob ich im Frühjahr so Lust habe, so etwas Flauschiges zu stricken. Denn das ist ja doch eher was, was man, glaube ich, auch in der Regel doppelfädig strickt. Weiß ich nicht, zwei Fäden Mohair oder sowas. Ja, andererseits kann man natürlich sowas Leichtes, Fluffiges auch noch bis wahrscheinlich im Frühsommer so rein anziehen, so abends oder so. Ja. Das wäre noch was. Dann. Ja, wo war ist das? Das habe ich... Jetzt habe ich wieder so Streifen, ne? Also das ist natürlich auf dem Originalbild nicht drauf. Das ist der Drucker. Das ist der Golden Hour von Andra Mowry. Das Tuch, was so in blau und brau... Blau und brautö... Sag mal. Blau und brautönen gestrickt ist. Mit so einem... Ich glaube, das ist so ein Mosaikmuster. Ja. So. Ja, die Farben sind jetzt auch nicht dolle. Also der Drucker macht nicht nur Streifen, sondern auch blöde Farben. Aber ich finde diese Farbkombination von so einem Goldton mit dem Blau, das hat mir einfach unheimlich gut gefallen. Also ich würde es auch wirklich nicht in... Also es sind zwei Varianten. Ich würde es auch in dieser stricken wollen. Das Blau mit so einem Kupfer-Goldton irgendwie. Ja. Auch ein... Das sind alles Kaufanleitungen auf Reverie. Golden Hour. So, dann würde ich gerne mal was von Susanne Sommer strecken. Und ich habe eine... Wieder ein Streifenbild. Ich habe... Machen wir es mal so. Eine ganze Menge Anleitungen von ihr. Das ist jetzt der Hoodie-Shawl... Wie heißt der? Hoodie-Shawl-Kardigan. Mit dieser Kapuze dran. Ich liebe ja Kapuzen. Und der hat jetzt hier Dreiviertelärmel. Und den habe ich auch schon ganz lang auf meiner Liste. Das ist sowas für so... Das wäre wirklich irgendwie was hier für sowas vielleicht. Da braucht man verschiedene Farben. Ich glaube drei verschiedene. Und da kommen... Kämen jetzt meine Einzelstränge so ins Spiel. Ja. Das... Wäre auch noch was, was auf der Liste steht. Dann. Wir haben es gleich. Weiß ich nicht, ob ihr die kennt. Die Anleitung. Die ist es der Kaga-Pullover von Ririko. Also leider habe ich jetzt... Ich habe das Deckblatt jetzt nicht mit ausgedruckt. Weil ich das oft nicht mache. Weil mir das immer zu viel Tinte verbraucht. Und das brauche ich dann nicht als Ausdruck unbedingt. Und da sieht man es auch gar nicht so. Vielleicht... Vielleicht blende ich es euch hier oben mal ein. Wie das dann aussieht. Denn ich finde den sehr, sehr schön. Der hat eine ganz interessante Konstruktion, glaube ich. Ich glaube, der wird auch erst hier oben gestrickt. Irgendwie. Und dann ja so runter. Und der ist so ein bisschen kastig. Und hat dann hier unten dieses wunderschöne Muster, das ich finde. Und der steht auch ziemlich weit oben auf meiner Liste. Ja. So wie fast alles. Ja. Und dann... Es ist jetzt nur eine Auswahl von den Sachen. Ich kann bestricken. Ich habe in letzter Zeit auch noch ein paar Anleitungen gekauft. Und das sind immer eigentlich die Anleitungen, die man so zum Schluss kauft. Oder die ich zum Schluss kauf. Die dann immer so am ehesten. Wo ich dann denke so. Ach, alles andere mal kurz weg. Und jetzt das sofort. Ja. Und... Äh... Die habe ich jetzt gar nicht mit aufgeführt. Vielleicht zeige ich euch da nächstes Mal was davon. Was ich so gekauft habe an Anleitungen in letzter Zeit. Aber ich würde auch mal, abgesehen davon, reizen. So eine Kreisjacke zu stricken. Also das ist ja dieses Buch. Knit 12 von... Senja McIver. So. Kennt ihr vielleicht. Oder wahrscheinlich... Huch. Oh Gott. Rauscht mir das Buch hier noch ab. So. Und... Ähm... Da gibt es ja wirklich... Viele, viele verschiedene... Ähm... Wie soll ich sagen... Varianten davon. Also... Wo die Kreisjacke... Vom... Vom Grund... Ähm... Also die soll jetzt auch nicht super unförmig werden. Und ich glaube, dass diese... Die so richtig... Ein Kreis... Ein richtiger Kreis sind von der Grundform her. Dass die eher... Ja... Kürzer und hier so mehr... Mehr Stoff hier vorne haben. Und ich glaube, ich würde vielleicht lieber diese länglichen... So eine längliche haben. Ähm... Ich weiß noch nicht genau, ob es dann... Ein aus diesem Buch wird. Oder ob ich mir eine andere Anleitung suche. Weil ich glaube... Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Ich glaube, dass hier von außen nach innen gestrickt wird. Meine ich. Oder? Äh... Ich habe mal angefangen, da das Prinzip zu lesen. Am Anfang. Und... Äh... Habe es aber jetzt wieder vergessen. Das ist schon eine Zeit lang her. Das finde ich jetzt nicht ganz so günstig. Weil man ja dann... Irgendwie nicht so richtig weiß. So... Am Anfang hat man irre viele Maschen wahrscheinlich drauf. Und kann nicht so richtig sagen. Passt das jetzt oder nicht? Und... Ich hätte lieber eine Anleitung. Wo ich innen anfange. Und dann immer größer werde. Weil dann kann ich es anprobieren. Und dann weiß ich so, wann ich aufhören muss. Mit dem Stricken. Also kann ich sagen. Okay, jetzt reicht es. Und jetzt ist es mir groß genug. Und jetzt höre ich auf. Oder jetzt habe ich keine Wolle mehr. Oder weiß ich. Oder ich... Ja, so... Das... Da habe ich aber auch irgendwo eine Anleitung. Wo man praktisch... Ist das nicht sogar eine von Nicola Susan? Nicola? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe so viele Anleitungen. Manchmal lese ich Anleitungen zum Einschlafen. Ich bin so bekloppt. Ich lese manchmal wirklich so... Vom ins Bett gehen nehme ich mir noch irgendwie so eine Anleitung, die ich gekauft habe. Oder die ich mir ausgedruckt habe. Oder so. Und dann... Dann lese ich mir die noch so durch. Und... Oh Mann. Manchmal fühle ich mich selber verrückt. Ja. Oder ich gucke mir so Lana Gross. Ich habe auch so eine Menge Lana Grosser Hefte. Finde ich auch manchmal sehr schön. Die Sachen, die da drin sind. Und dann nehme ich mir manchmal so eine mit. Und lese dann nochmal. Gucke mir die Modelle an. Und gucke, wie die konstruiert sind. Ich habe auch so viele Ideen, um selber noch wieder was zu entwerfen. Ihr wisst ja, ich habe auch eigene Anleitungen. Und da habe ich auch wieder so Lust zu, jetzt mal wieder selber was zu mir auszudenken. Ich habe auch so viele Ideen. Und ich weiß aber noch nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Ja, 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 ja. So ist es. Ja, ihr Lieben, das war es schon. Was heißt schon? Man, das ist ja über eine Stunde. Oder eine knappe Stunde. Wenn ich noch was wegschneide zwischendurch. Weiß ich nur nicht. Ja, das war doch länger, als ich dachte. Und glücklicherweise habe ich heute aufgenommen. Und die nächste Woche. Sonst wären es anderthalb Stunden geworden. Wahrscheinlich. Ich danke euch, dass ihr hoffentlich bis hierhin durchgehalten habt mit mir. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und Unterhaltung. Oder ich konnte euch vielleicht für das eine oder andere inspirieren. Oder weiß ich nicht. Ja, und ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Und dass ihr mir hier treu bleibt. Und mir vielleicht ein Abo dalasst. Oder ein Daumen hoch. Oder was auch immer. Wozu ihr Lust habt, würde ich mich sehr, sehr, sehr drüber freuen. Ich danke euch allen, die ihr das schon getan habt. In meinen vergangenen Folgen. Und freue mich da sehr, sehr drüber. Auch über eure vielen Kommentare. Macht mir großen, großen Spaß. Und ja. Eine gute Zeit für euch. Viel Strickzeit. Und wir sehen uns bald wieder. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020